Geht es dir vielleicht auch so, dass du Frauen einfach nicht verstehst? Oder nicht weißt, was Frauen wollen? Ich höre es immer wieder von Männern vor allem. Frauen seien super emotional. Bei ihnen dreht sich alles nur um die Gefühle. Mal wollen sie das eine, mal wollen sie das andere. Und am Ende des Tages weißt du nicht, woran du bist. Auf Frauen kannst du dich angeblich genauso verlassen, wie auf die Lottozahlen. Aber ich sage dir, das ist falsch. Nicht nur sind Frauen rationaler als die meisten Männer, du bist höchstwahrscheinlich emotionaler als die meisten Frauen. Ich beweise es dir in den folgenden Minuten. Versteh eins, die letzten vier Männer, mit denen sie sich getroffen hat, wollten nur in ihr Höschen. Du bist da wahrscheinlich anders, das weiß ich. Auch wenn du Sex magst, ist dir eine Verbindung wichtig. Aber die letzten vier wollten nur in ihr Höschen. Darum ist sie, wenn sie mit dir schreibt, vorsichtig sich mit ihr zu treffen. Sie muss die ganzen Anzeichen, die du ihr so aussendest, miteinander abwägen. Okay, er hat mich höflich gefragt. Er hat Mut, aber das hatten die anderen auch. Er ist süß, aber das will noch nichts heißen. Er ist witzig, aber vielleicht versucht er was zu verdecken. Er meldet sich jetzt schon echt lange nicht mehr. Vielleicht, weil er kein ernsthaftes Interesse an mir hat. Eine Frau wird immer abwägen. Sie hat tausend Gedanken, die für und die gegen dich sprechen. Das Schöne ist, du kannst ihr zeigen, dass du einer von den Guten bist. Diese Chance will sie dir geben. Eine rationale Entscheidung. Kommen wir zum Treffen. Wenn du dich nicht traust, sie zu berühren oder über Sex mit ihr zu sprechen, ihre Hand zu nehmen oder ganz banal das Gespräch in die Richtung zu lenken, in die du willst und durchaus den Talk, den sie gerade über ihre Arbeitskollegen führt oder irgendwas anderes, was dich nicht interessiert, abzuschneiden. Dass du dieses Thema ignorierst, sie mitten im Satz einfach unterbrichst und sie fragst. Wofür brennst du eigentlich? Was ist etwas, das dir wirklich wichtig ist? Wenn du das nicht tust, weil du denkst, das sei unhöflich, dann machst du das aus Angst, sie zu verlieren. Dir ist es lieber, dass sie euch im lauwarmen Bereich bewegt, als dass du es riskierst, dass sie Nein sagt. Und weil du nicht bereit bist, diese Möglichkeit auf dich zu nehmen, wird leider nie was aus euch. Und das liegt nicht daran, dass Frauen emotionaler sind als du. Nein, du hast es nicht getan aus Angst. Das nenne ich mal eine emotionale Entscheidung. Sie hingegen hat irgendwo in der Mitte des Dates darauf gewartet, dass du sie küsst. Erinnerst du dich? Aber warum hat sie es nicht getan? Wenn eine Frau abwägt, ob sie dich küssen soll, dann ist das keine emotionale Entscheidung. Die hat sie schon getroffen. Emotional will sie es, sonst würde sie nicht abwägen, es zu tun. Aber ihre Freunde könnten es mitbekommen. Immerhin stehen sie in der Nähe. Oder du könntest sie als Schlampe deklarieren, wenn sie dich zu schnell küsst. Sie möchte das Ganze hinauszögern, damit ihr zwei mehr werden könnt, als nur die schnelle Nummer. Sie zögert dich zu küssen, aus einem rationalen Grund. Die meisten Männer hingegen haben so viel Angst vor Zurückweisungen, dass sie sich nicht trauen, diesen Weg zu gehen, sie zu küssen. Hand aufs Herz. Wie ist es mit dir? Fühlst du dich genug für sie? Meinst du, dass sie dich will? Hast du dieses Selbstvertrauen? Oder hast du Angst, dass sie dich doch nicht will? Wenn es sich in dir zusammenzieht, du ins Schwitzen kommst oder gar ins Stocken, dann erzähl mir doch nichts. Du traust dich einfach nicht. Du handelst nicht aus Angst. Du hast eine emotionale Entscheidung. Und das ist völlig okay, wenn es bisher so war. Aber jetzt, da du das weißt, trau dich. Sie wartet auf dich. Ach, hast du eigentlich schon abonniert?